Baddha-Karmukhasana ist die verschränkte Bogenstellung. Baddha-Karmukhasana wird manchmal bezeichnet als Variation von Karmukhasana. Und Karmukhasana ist letztlich auch eine verschränkte Stellung. Sitze in Padmasana, das heißt setze dich in den Lotus, und dann kreuze deine Beine über den Bauch, indem du mit der linken Hand um den linken großen Zeh fährst, das ist der Zeh, der jetzt rechts ist, und fasse mit der rechten Hand um den rechten großen Zeh, das ist der Zeh, der jetzt links ist. Das ist eigentlich Karmukhasana, die Bogenstellung, aber die Bogenstellung verschränkt eben auch die Arme und deshalb ist es die verschränkte Bogenstellung. Manchmal wird auch als Baddha-Karmukhasana bezeichnet, dass du von hinten die Arme kreuzt. Du gibst also die Arme von hinten an den gegenüberliegenden Fuß und das ist dann wie Baddha-Padmasana und Karmukhasana und Padmasana sind ja ähnlich und Baddha-Karmukhasana ist damit die hinten verschränkte Bogenstellung.